In dieser Folge werde ich dir verraten, wie du ChatGBT nutzen kannst, um über LinkedIn mehr Leads und Anfragen zu erhalten. Und wahrscheinlich hast du in den letzten Wochen und Monaten schon ein bisschen mit ChatGBT rumgespielt. So ging es mir auch. Doch in den letzten Wochen habe ich mich wirklich eingeschlossen und verdammt viel damit experimentiert. Und heute zeige ich dir ein paar neue Befehle, die ich entdeckt habe, die du direkt für dich nutzen kannst, um damit auf LinkedIn richtig Spaß zu haben. Welche Befehle das sind und wie du die nutzen kannst, zeige ich dir jetzt. Bevor wir mit der Folge starten, möchte ich mich nur kurz für den ganzen Support in der letzten Zeit bedanken. Ich habe zahlreiche Nachrichten bekommen, zahlreiche Likes auf die Videos bekommen, was mich extrem freut. Und vor allem sind wir auf dem Weg zu fast 5000 YouTube Abonnenten, was ein riesiger Meilenstein für mich wäre. Und insofern, wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, würde ich mich extrem freuen, da kurz drauf zu klicken. Und wenn dir das Video heute weiterhilft, würde ich mich natürlich über deinen Like freuen. Und jetzt würde ich sagen, springen wir in die Folge rein. Wahrscheinlich hast du in den letzten Monaten auch schon ein bisschen mit ChatGBT rumgespielt, aber so richtig überzeugt hat es dich vielleicht noch nicht. So ging es mir auf jeden Fall, bis vor ein paar Wochen mir ein Freund gezeigt hat, was er in seinem Beratungsunternehmen alles mit ChatGBT macht. Und das hat mich ein bisschen von den Socken gehauen. Und das war der Moment, wo ich realisiert habe, dass ChatGBT wirklich eine unglaubliche Chance ist, das für LinkedIn und vor allem auch für sein LinkedIn-Marketing zu nutzen. Und ich gesagt habe, hey, ich schließe mich da noch mal ein paar Wochen ein und teste das Ganze. Und das werde ich dir heute präsentieren, was man damit machen kann, um wirklich LinkedIn zu hebeln, um darüber mehr Anfragen und auch Kunden zu gewinnen. Und ich bin ein bisschen strategisch rangegangen an das Ganze und zwar die Grundidee und das tatsächlich etwas, was du vielleicht auch aus meinem Content bereits kennst, ist, dein Content sollte sich darum drehen, was deine Zielgruppe interessiert. Und ich war witzigerweise letzte Woche wahrscheinlich auf 100 plus Profilen, weil ich so ein bisschen verstehen wollte, welche Fehler die Leute in ihrem LinkedIn-Content machen. Und tatsächlich habe ich gesehen, dass das größte Problem ist, dass die Leute nicht darüber nachdenken, was ihre Zielgruppe interessiert, sondern mehr darüber schreiben, worüber könnte man mal so berichten und sich gefühlt im eigenen Unternehmen so umgucken und irgendwie über irgendwas schreiben. Und das führt halt dazu, dass der Content nicht wirklich Fahrt aufnimmt, Reichweite bekommt und auch natürlich nicht konvertiert. Das bedeutet, der Hintergedanke bei Content, bei LinkedIn-Content sollte immer sein, dass dein Content wie so ein Magazin für deine Kunden ist. Das bedeutet, zu einem bestimmten Thema solltest du dir den Content rausgeben. Der Content hilft deiner Zielgruppe. Die werden sozusagen ein Stück weit, wollen natürlich immer mehr lesen und das sorgt natürlich am Ende dazu, dass sie irgendwann auf dein Profil gehen und sagen, hey, ich würde gerne mal mehr zu deinem Angebot sozusagen erfahren. Und mit dieser Logik bin ich da rangegangen. Das bedeutet, im Content das Einfachste, was man eigentlich machen kann, ist, über die Probleme seiner Zielgruppe zu sprechen. Denn tatsächlich ist es immer einfacher, Probleme zu lösen für seine Zielgruppe und dann sein Angebot zu präsentieren, als irgendwie über gewünschte Ergebnisse zu reden. Das Dokument, was du hier siehst, bist herzlich eingeladen. Ich schicke dir das zu, wenn du den Link dazu haben willst, gerne mal in die YouTube-Kommentare schreiben. Chat-GBT-Hacks, dann schicke ich dir den Link dazu zu und werde dir jetzt mal Schritt 1 sozusagen zeigen, was ich gemacht habe. Hier oben in dem Dokument findest du immer die Formel. Das bedeutet, kannst du mir 10 Probleme geben, die Zielgruppe bei gewünschtem Ergebnis hat. Und das Coole ist, wir werden das jetzt mal für ein paar Beispiele durchspielen, dass da echt gute Sachen rauskommen. Also zum Beispiel 10 Probleme, die ein mittelständisches Unternehmen hat im ländlichen Bereich bei der Gewinnung von neuen Fachkräften und Auszubildenden. Wenn man zum Beispiel eine Social Recruiting Agentur hat, perfekt. Man könnte genau die Probleme aufgreifen seiner Zielgruppe und darum den Content drehen lassen. Oder 10 Probleme, die Produktionsunternehmen mit ihrer aktuellen Software haben. Als Softwareanbieter kannst du genau über diese Probleme reden und du wirst merken, dass die Leute aufmerksam werden und dann vielleicht irgendwann sagen, ja, vielleicht müssen wir die Software mal wechseln. Oder 10 Probleme, die SaaS-Unternehmen bei der Skalierung ihres Unternehmens haben. Ein Markt, der irgendwie wächst und auch die haben Herausforderungen, als Marketingagentur vielleicht dabei zu helfen. Perfekt. Oder 10 Probleme, die Beratungsunternehmen bei der Führung von Mitarbeitern haben. Gerade Beratungsunternehmen haben eine hohe Fluktuation. Als Leadership-Coach kann man da vielleicht helfen, das sozusagen einzudämmen. Perfekt. Und cooles Thema, 10 Probleme geben, die Angestellte haben, ihren Traumjob zu finden. Also auch da als Karriere-Coach zum Beispiel oder als Purpose-Coach das zu nutzen und über diese Probleme zu reden. Und wir schnappen uns das mal mit der Führung, weil das eigentlich ganz spannend ist. Und packen das jetzt einfach mal bei ChatGBT rein und gucken, was er uns so ausspuckt. Weil tatsächlich kannst du nicht nur deinen Content da drum drehen und das wirst du gleich sehen, sondern du kannst eigentlich deinen gesamten LinkedIn-Auftritt sozusagen da drum drehen. Und du wirst merken, es macht dein Leben leichter und du wirst mehr Anfragen bekommen, weil du Probleme löst, die im Markt sozusagen da sind. Und du siehst, wir haben jetzt hier alle möglichen Sachen. Mitarbeiter-Motivation ist zum Beispiel ganz spannend, Veränderungsmanagement, Talentmanagement, das ist zum Beispiel spannend. Diversität ist natürlich ein heißes Thema, Führungskräfteentwicklung, Mitarbeiterentwicklung. Das ist zum Beispiel das, was ich am spannendsten finde. Also gerade als Leadership-Coach ist es vielleicht ein Thema, Mitarbeiterbindung ist natürlich auch ein spannendes Thema. Also du siehst, hier sind schon so ein paar Sachen drin und die werden wir jetzt weiterentwickeln. Und zwar kommt jetzt der zweite Gedanke, wo man sagt, wir versuchen jetzt mal da draußen LinkedIn-Profil-Slogan zu machen. Und hier wird es natürlich relativ cool, dass man sagen kann, hey, du sagst irgendwie Punkt, was sagen wir, Punkt 10, gefällt mir. Kannst du mir dazu fünf Profil-Slogans entwickeln, wie ich als. Und hier packst du jetzt sozusagen deine Dienstleistung rein, also was für ein Anbieter du bist, zum Beispiel Leadership-Coach, bei diesem Problem helfe. Oha. Also da sind, ich bin hier wirklich. Also was ganz wichtig ist bei ChatGBT und das muss man glaube ich wirklich mitgeben, dass das nicht am Ende die perfekte Lösung ist. Also das bedeutet, sieh das, was ChatGBT da ausspuckt, eher als so ein kleines Buffet, an dem du dich irgendwie bedienen kannst und Ideen mitnehmen kannst. Und tatsächlich sehe ich hier gerade für alle Leute, die vielleicht gerade den Bildschirm nicht sehen. Als Leadership-Experte helfe ich Beratungsunternehmen, Talente zu binden und ein inspirierendes Arbeitsumfeld zu schaffen. Bewege dich von Mitarbeiterfluktuation zu Mitarbeiterbindung mit individuellem Coaching für Führungskräfte und Teamstärkung. Oder maximiere die Mitarbeiterbindung durch gezieltes Coaching und stärke so das Wachstum deines Beratungsunternehmen. Also die sind alle relativ gut. Also das bedeutet, da würde ich wahrscheinlich jetzt in dieser Phase mir ein paar Sachen rauspicken. Also ich muss sagen, das gefällt mir ganz gut. Führender Leadership-Coach unterstützt bei der, ja. Also das bedeutet, den und den könnte man sich direkt sozusagen rauspicken und was daraus machen. Also das bedeutet, das ist eine coole Idee. Wir könnten jetzt nochmal testen, zum Beispiel, wenn du sagst, du willst mehr Führungskräfteentwicklung machen, könntest du auch sagen, oh, jetzt müssen wir natürlich hier gucken, mal gucken, ob er das versteht, Punkt 9, ob er da spricht. Ja, hier müsste man sozusagen noch ein bisschen erklären, dass für Beratungsunternehmen sozusagen funktioniert. Aber du siehst, auch hier sind ganz gute Ideen, die man irgendwie mitgeben kann. Und wie gesagt, das Coole ist, dass du wirklich in diese Probleme deiner Zielgruppe einsteigen kannst und dir natürlich auch als Anbieter überlegen kannst, welches Problem willst du gerne lösen. Und wenn du dann den Profilslogan sozusagen darauf ausrichtest, kannst du natürlich am Ende dein Profil daraus ausrichten und du wirst natürlich mehr Anfragen in diese Richtung bekommen. Wir schnappen uns mal dieses Thema hier. Ich packe mir das jetzt einfach mal raus und jetzt kommt eigentlich der, ich würde es ein bisschen, maximiere die Mitarbeiter als Beratungsunternehmen und stärke so das Wachstum dein und stärke so das Unternehmenswachstum. So, der gefällt mir ganz gut, den nehme ich. Und jetzt können wir nämlich Schritt weiter gehen und jetzt natürlich die Frage, dass wir die Leute ein bisschen weiter abholen wollen und zwar eine Profilbeschreibung einfach zu machen. Das bedeutet, du kannst hier einfach das rauspicken, zack, würdest den hier reinpacken, kannst mir dazu einen Link in Profilbeschreibung schreiben, die beschreibt, wie wir als Beratungsunternehmen genau dabei helfen. Also es bedeutet, du bist Beratungsunternehmen natürlich nicht, wie ich als Leadership Coach genau dabei helfe. Also das ist hier wirklich, was man hier gerade live sieht, ist gefühlt so der perfekte Positionierungsflow für LinkedIn, aber auch für sein gesamtes Angebot. Weil wenn du von den Problemen deiner Zielgruppe kommst und dir die Probleme rauspickst, die du lösen kannst und auf die du auch Lust hast, dann kannst du wirklich sowohl dein LinkedIn-Profil darauf ausrichten, als auch sozusagen natürlich dein Content. Und das werde ich dir am Ende zeigen, wie du das machen kannst. Und wir gucken uns hier mal an, was er für die Profilbeschreibung geschrieben hat. Jetzt kann man zum Beispiel so ein bisschen was machen, wie längere Einleitung, schreibe eine längere Einleitung mit mehr Herausforderungen der Zielgruppe. Gucken wir mal, was er dann daraus macht. Also das bedeutet, du kannst den Text dann auch immer weiter sozusagen entwickeln und das Ganze sozusagen machen. Perfekt. Hier sieht man schon, er macht sozusagen eine längere Einleitung. Und jetzt wird es eine verdammt lange Einleitung. Weil das bedeutet, wir müssen so ein bisschen nach und nach an uns das Ganze rantasten. Aber du siehst hier cool, jetzt sozusagen wie er helfen kann. Den Text bitte kürzer machen und in Do-Form. Also das kann man auch, genau, dass man dann dabei hilft. Genau. Und hier kann man sozusagen perfekt sich so die Schnipsel rauspicken. Also hier hat er es relativ knackig gemacht. Als Führungskraft in einem Beratungsunternehmen stehst du vor einzigartigen Herausforderungen. Mitarbeiterbindung ist entscheidend für langfristiges Wachstum. Kann schwierig sein, talentierte Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten. Zudem ist eine Herausforderung, eine inspirierende und motivierende Arbeitskultur zu schaffen und Konflikte am Arbeitsplatz zu bewältigen. Als dein Leadership Coach unterstütze ich dich dabei, diese Hindernisse zu überwinden. Gemeinsam entwickeln wir Lösungen. Das ist, das ist gut. Kann man nicht anders sagen. Also, um ehrlich zu sein, wenn du hier in dieser Folge gelandet bist, ja, und dir das pickst und wirklich so ein bisschen als Buffet einfach siehst und ein bisschen damit rumspielst, sage ich dir, bist du sowohl im Profilslogan als auch in deiner Profilbeschreibung besser als 90%, was ich da draußen gesehen habe. Weil bei den meisten Profilslogans verstehe ich wirklich nur Bahnhof und ich habe ein separates Video dazu gemacht, gerne angucken. Und hier von den Problemen kommend, da von dem Profilslogan abgeleitet, wirst du einen tausendmal besseren Job machen als die anderen. Und jetzt sozusagen die Profilbeschreibung, versteht man auch direkt sozusagen, was du tust. Du greifst die Probleme auf, sagst dann, was du ganz genau tust, kannst noch ein bisschen sozusagen natürlich reinpacken, ist ein bisschen individueller machen. Aber erst rein, also das ist das erste Fundament, wenn du mehr Anfragen bekommen willst über dein LinkedIn-Profil und auch mehr Leads, dass du wirklich deine Zielgruppe beim Problem abholst, dass sie sagen, ha, verstehe ich und sich dann bei dir sozusagen melden. Jetzt kommen wir sozusagen zum letzten Schliff und zwar, dass man am Ende Posts daraus macht zu dem Thema. Also das bedeutet, wir könnten jetzt natürlich sagen, wir schnappen uns nochmal das Problem, also ganz vorne hier sozusagen, nehmen wir nochmal Mitarbeiterbindung, nehmen das und sagen, schreibe dazu 10 Headlines für LinkedIn-Content. Oder wir sagen, wir wollen direkt 12 Posts machen, was zaubert er und gucken uns an, wieder das Problem sozusagen kommend. Dieses Video oder diese Folge darfst du niemandem zeigen, weil ich habe das Gefühl, das hebt die Qualität auf LinkedIn um ein wesentliches höher, weil du am Ende jetzt wirklich die Probleme adressierst, die deine Zielgruppe haben. Also, weil das, was du hier siehst, gerne für dich. Was du jetzt machen kannst, perfekt, also Headlines, 5 bewährte Strategien zur Steigerung der Mitarbeiterbindung in ihrem Unternehmen. Kannst jetzt hier sozusagen bitte die Headlines in Du-Form machen, zack. Und siehst dann gleich, dass das sie sozusagen raus ist. Genau, entdecke 5 bewährte Strategien, perfekt. Und jetzt kann man noch sozusagen ein bisschen rumspielen. Perfekt. Jetzt würden wir im nächsten Schritt zum Beispiel sagen, mache die Headlines bitte ein bisschen spannender. Ah, da kriegt ChatGBT tatsächlich irgendwie meistens relativ gute Headlines sozusagen hin. Es gibt sozusagen Spannender, kann man glaube ich machen, oder auch zum Beispiel die mehr Neugierde wecken. Da werden sie ganz schön clickbaitig, die Titel. Also, da muss man den schmalen Grad sozusagen finden, aber am Ende kriegt er das relativ gut hin. Ich bin gespannt, was er jetzt daraus macht. Geheime Strategien, du merkst, jetzt wird es wirklich ein bisschen spannender. So wirst du zum Meister der Mitarbeiterbindung in deinem Unternehmen. Flucht vor der Fluktuation. Flucht vor der Fluktuation. Da müsste man zu lange sozusagen drüber nachdenken. Ich habe auch das Gefühl, dass der Part hinter dem Doppelpunkt immer ein bisschen spannender ist. Sozusagen wie du deine Talente langfristig an dich bindest und die Konkurrent abhängst. Perfekt. Wie du ein Arbeitsumfeld schaffst, das deine Mitarbeiter magnetisch anzieht. Halleluja. Goldener Applaus. Also du siehst, ChatGBT wird da richtig kreativ. Und wie gesagt, ich glaube, wenn du den Gedanken mitnimmst, dass es ein Buffet ist und dass es nicht die komplette Lösung sozusagen ist, ist das am Ende die halbe Magie. Er zaubert jetzt sozusagen weiter Headlines. Ich werde jetzt nicht alle zwölf mir hier angucken. Und du siehst, der gefällt mir zum Beispiel wirklich, wie du ein Arbeitsumfeld schaffst, das deine Mitarbeiter magnetisch anzieht. Und jetzt will ich dir noch zwei Sachen dazu zeigen. Zum einen, ich klaue mir den mal komplett, schreibe dazu einen LinkedIn Post mit drei konkreten Tipps für die Zielgruppe Beratungsunternehmen aus meiner Erfahrung als Leadership Coach. Jetzt bin ich gespannt, was er da gibt. Also was man am Ende sagen muss, genau das hat er, die Emojis. Kann man sich sozusagen sparen, kann man sich überlegen. Klar definierte Entwicklungsmöglichkeiten bieten. Also was ich gemerkt habe, ist, dass ChatGBT sozusagen diese drei Tipps gefühlt liebt oder fünf Tipps irgendwie macht. Das ist ganz, ganz wichtig. Mal gucken, er versteht ein Call-to-Action, das ist perfekt. Eine kurze sozusagen Intro. Hier könnte man sagen, schreibe bitte noch eine Einleitung mit der Herausforderung der Zielgruppe. Achso, ja, wahrscheinlich schreibt er jetzt nur die Einleitung und nicht den ganzen Post. Ha, perfekt. Also jetzt genau, also das für Content sozusagen, das solltest du wissen, wenn man über die Herausforderung sozusagen einsteigt, ist immer das Beste, was man machen kann. Man könnte sich sozusagen das jetzt hier klauen und die Tipps sich schnappen. Was noch ein ganz cooler Prompt ist, den ich dir mitgeben will. Also Prompt bedeutet nichts anderes als Befehl, könntest du jetzt sagen, teile eine Case Study, wie ich als Leadership Coach einem, und hier fügst du die Zahl, Beratungsunternehmen, dabei geholfen habe, Mitarbeiter oder irgendwie Top-Talente, Mitarbeiter ist ein bisschen einfach, Mitarbeiter langfristig zu binden und die Fluktuation, wie heißt es so schön, signifikant zu senken. Und hier wird es sozusagen relativ cool, weil wirklich mit dieser Sicht sozusagen als Case Study schreibt das sozusagen wie aus deiner Situation heraus. Und das ist natürlich das Beste, dass du sozusagen Erfahrungsberichte bei LinkedIn teilst und hast hier so eine Vorlage. Du müsstest sozusagen eigentlich nur noch erklären, dass das anpassen musst auf deinen sozusagen Kunden. Und das sieht eigentlich schon ganz gut aus, auch gerade mit den Ergebnissen, gefällt mir sehr gut. Und was du jetzt noch machen kannst, bitte ein bisschen kürzen und spannender. Ich habe das Gefühl, ChatGBT ist immer so ein bisschen trocken, wenn er so ein bisschen vor einem drängenden Problem. Ja, und du siehst, da kommt was bei raus. Also das kann man wirklich ohne Probleme sozusagen nutzen, ein bisschen kürzen und fertig. Ja, also das bedeutet, das ist der Flow, was man alles mit ChatGBT wirklich mit ein paar Klicks machen kann. Du kommst von dem Problem deiner Zielgruppe, was wirklich sowohl auf deinem LinkedIn-Profil als auch im Content das Beste ist, was du machen kannst, die aufzugreifen. Schnappst dir das, wenn du Lust hast, in deinem LinkedIn-Profil-Slogan greifst das Ganze auf, übernimmst das sozusagen in deine LinkedIn-Profil-Beschreibung. Und wenn du dann deinen Content-Plan darauf aufbaust, wirst du dich wundern, was das macht, weil natürlich deine Zielgruppe genau sich in deinem Content wiederfindet. Und wenn du dann klar machst, wie du ihnen helfen kannst, ist das der große Hebel, um wirklich Anfragen und Leads über LinkedIn zu erhalten. Bevor du jetzt wegklickst, noch zwei Sachen. Zum einen, wenn du das Dokument von mir haben willst, gerne einfach in die YouTube-Kommentare kurz. ChatGBT-Hacks schreiben, dann schicke ich dir den Link zu. Und zum zweiten, wenn du solche Tipps haben willst und direkt haben willst, dann schau gerne mal in unserer LinkedIn-Marketing-Community vorbei. Da sind schon fast 1000 Mitglieder, also da ist richtig was los. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Und jetzt würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis gleich.